Salam Aleikum Arkadaşlar, Heile Sabahlar, Arafa Günü Mis, Bündü, Mubarak Olsun, Bugün Bayram, Kurban Bayrami, Mubarak Olsun, Zawab Akhir, Bayram Akhir, Inshallah, Kurban Bayrami, Mubarakbi, Guten Morgen, liebe Freunde, liebe Muslime, liebe auch Nicht-Muslime, heute ist Kurban, die Fahrt zur Moschee in der Früh, wie ihr seht, kein Mensch auf der Straße, ist angenehm zu fahren, herrliche Luft, Ozonluft, zwischen Imsak und Sonnenaufgang, nützt diese Zeit, schlaft nicht in dieser Zeit, kostbare Zeit, weil die Engel runtergehen und für uns beten, Bismillahirrahmanirrahim, Tashittah will, nach Farsgebet nicht vergessen, Allah-u-Ekbar, Allah-u-Ekbar, La-Ilahe, Illa-Allahu, 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 Allah-u-Ekbar, Das sind auch die gleichen Gebete, wenn man heute was schlachtet und dann sagt man Bismillah Allah Akbar und dann kann man halt es erlauben dann zu schlachten. Vergesst nicht, dass es nach Gesetz geschlachtet wird. Inshallah wird vorher das Blut von Allah und das Fleisch für die Armen anerkannt. Und euer Frommigkeit wird dadurch sichtbar werden. Allah sei mit euch.